So, jetzt aber. Worauf gehen wir? Könnten wir mal Glaube machen. Könnten... Pappe machen. Aber wir gehen mal auf Glaube. Dann wird es sich auch der Feuerschaden. Wir müssen nochmal gucken, ob ich das geile Schwert von, äh... Äh, ja. Morgoth. Ich vergesse immer seinen scheiß Namen, Alter. Der hört immer zu die ganze Zeit an Godric oder so. Los. Lett' mich hin. Lett' mich hin. Ich muss da nach oben. Das ist meine Bestimmung. Schauen wir mal, das steigt gerade nicht, weil in der OBS geht das ein bisschen ab. Ich werde das mal... Ich werde das Spiel mal ein bisschen leiser machen. Ungefähr. Ich habe auch keine Ahnung, wie laut das während des Bosskampfes war. Kann laut sein. Will ich aber, glaube ich, im Nachhinein sowieso nochmal runter regeln. Na, jetzt nochmal so ein Kampf, ne? Das wäre es ja noch. So, dann haben wir die Rune. Jawohl. Oh Gott, das große Rune. Ja, ja. Äh, die Rune bringt jetzt was? Ah, wir haben vier ja mittlerweile. Radagoner ist einfach bloß, äh, LP, FP und Ausdauer. Maximale LP deutlich. Wow. Ist ja nicht so, dass Godric allgemein besser ist. Durch deine perfekte Wiedergeburt, die kannst du nicht ausrüsten. Ah, hier ist auch noch eine Gnade. Warum auch immer man hier wieder zurück soll. Kannst du dir doch bloß rein, wenn du den Arsch besiegt hast. Auf, auf, zu den verbotenen Landen. Jetzt müssen wir so eigentlich durchlatschen. Hä, hä, hä. Habe ich vorhin was gesagt? Wir müssen aufpassen. Ich kann überall den Gegner lauern. Wenn unsichtbar oder unsichtbar ist. Was sind die kleinen Kisser? Was ist eigentlich dieser rote Schleier hier? Rote Schleier verwirrt. War das gerade blau? Haben Waffen jetzt einen anderen Schimmer als, äh, Items? Items weiß sind und die anderen sind leicht hellblau. Moin. Ich bin gekommen, um euch auf die Fresse zu hauen. Der rote Schimmer kommt von da oben, oder? Ist überall allgemein. Wir haben ja mittlerweile 13 Flakons. Das tut auch in der Seele gut. Ist auch in der Seele gut, Alter. Was ist denn? Was ist das denn für ein Spruch gewesen? Ey, wenigstens hat mich nur einer getroffen, ne? Kannst du zaubern. Exalei. Ich hab halt einen See. Tut Buße, meine Ungläubigen. Ihr lauft den falschen Göttern hinterher. Was ist das? Das ist ein scheiß Schädel. Ach, das ist ein Blutfleck. Ich dachte, irgendwie da wäre irgendeine Interaktion möglich, oder so. Okay, wir kommen langsam in ein freieres Gebiet. Aber Angst. Ich habe auch ein Schwert. Aber Angst, es einzusetzen. Oder auch nicht. Das war einfach bloß eine Tarnung. Mit dem ich nicht angreifen. Oder mit dem ich nicht angreifen suchen. Das macht doch keinen Sinn. Ich labere hier schon wieder Bullshit-mägig. Aus voraus. Daher Nacht versuchen. Na nie. Hier ist auf jeden Fall wer gestorben. Falle ich hier irgendwo runter, oder? Da hinten steht einer. Wir müssen springen. Oh, die ver- fickten Arschgägen. So, jetzt kommst du eh nicht mehr rüber. Die ist rübergekommen. Wie? Um alles in der Welt? Da ist noch einer. God! Gut, dass der Blutungsschaden nicht, äh, connected ist. Ja, gut, dass es bloß Poison nicht toxic ist. Toxic wäre sonst richtig schlimm. Habe ich zufällig noch eine Bulli? Äh, wie es mir scheint? Nö. Gut, dann müssen wir jetzt den Schaden hier aussetzen. Wischen euch mal ab und zu wieder heilen. Braucht echt mal wieder eine Kirche, oder so? Ist auch wieder einer gestorben. Irrer. Noch nicht wegen den beiden. Ich habe noch einen anderen gehört. Weil der ist immer noch da. Nö. Der hat sich selber ins Gesicht geschlagen. Kam wieder zurückgesprungen. Jetzt mal mal ganz ehrlich, Alter, es leuchtet hier. Oh, ist jetzt weg. Er versucht, er mich zu tricksen. Ich hoffe es mal nicht. Ich will den nicht noch in einen anderen Gegner reinlaufen. Darf ich den ganzen Weg wieder nochmal gehen? Jetzt bin ich nicht aber. Komm her. Ich laufe dir jetzt blind hinterher. Ich weiß nicht, was passiert. Wieso sind hier so viele Skarabäen? Ist hier einer an der Ecke? Oder packt er da oben einfach bloß rum? Du siehst mich mal kurz nicht. Das kriegst eigentlich meine ganze Zeit. mit Gif weg. Ich kenne deine Tricks. Da vorne ist noch eine... Ich kann da... Ne, ins Maul klettern. Skarabäos, lass mich doch mal in Ruhe. Ich habe gerade keinen Bock auf dich. Check das doch mal. Torren können wir immer noch nicht... Doch können wir. Oh. Ja, sonst kommen wir auch nicht ins Maul rein. So. Was steht hier? Äh, wahrscheinlich dein Astro-Lambium. Was hat der liegen gelassen? Du kannst schon wieder stellen. Ich hoffe mal nicht, dass das ein Riese ist, aber wer soll es sonst gewesen sein? Irgendwo sind doch bestimmt noch fallen oder so aufgebaut. Kann es doch noch nicht gewesen sein. 723 machen die also knicken die also ein. Der jetzt nicht. Ist ja aber auch runtergefallen. Okay, Marikas Statue ist hier. Das heißt, jetzt gibt es auf jeden Fall einen Bosskampf. Okay. Ja, das sieht mir da auch nach Bossfläche aus. Oh, da ist einer gestorben. Mein Beileid. Geilgäu. Ähre der schwarzen Klinger. Oh, nee, Alter. Das ist so einer. Mit der Doppelklinge kenne ich überhaupt nicht ab. Ich habe ja unten im unteren immer noch die zwei Gargoyles zu besiegen. Füllen wir gerade auf. Oh, Mimic. Alter, sei doch nicht so schnell. Tschüss, Gargoyle. Nice, standpult. Schon wieder standpult. Boah. Gott sei Dank war das standpult rechtzeitig wieder da, ne? Was ist wieder da? Mann, jetzt verreckt doch endlich. Mimic, angreif, ich helfe dir. So, jetzt special move. ich will mich kurz heilen. Ich lass mich doch mal. Oh, fuck. Mimic, heil dich. das geht, ne? Bleib, Mimic, ich ziehe mich zurück. Ich wäre eigentlich auch bitte nötig gewesen. Ey, lass doch mal die Bäume in Ruhe. Hallo, Klimawandel und so. Mimic, jetzt. Mimic, Wie du mir, so ich dir, Alter, kill einen von mir und ich kill dich. Geilgol, Doppelklinge und Schwarzachst. Oh, das ist wahrscheinlich dieser Aufzug, wo wir das einer Mitalion von Melana oder so gekriegt haben. Würde ich jetzt mal stark kaufen. Ja, das ist ein Aufzug. Ist da noch eine Fingerleserin? Ah, doch, da ist einer. Prinzen, möchtest du mal meine Patschelfinger angucken? Jo.